Gibst du deinen Studierenden Tipps per Ferndiagnose? Bekommst du zum Beispiel Aufnahmen deiner Studierenden, die du kommentieren sollst? Dann probier doch mal die praktischen Tools der Oma aus. Unabhängig von Ort, Zeit und Institution kann jeder und jeder sich anmelden und private Räume erstellen. Dort lassen sich geschützt Dateien teilen. Lade Audio- und Videoaufnahmen direkt vom Computer oder Smartphone hoch. Der Clou? Mit dem Analyse-Tool kannst du Stellen sekundengenau markieren und kommentieren. Unterteile ein Video in Abschnitte und füge Hinweise oder Fragen ein. Mit der Open Music Academy erlebst du digitalen Hochschulunterricht neu.